Didi, hast du mich eigentlich wirklich nicht gesehen? Nee, ich hab dich nicht gesehen. Ich mute mich ja immer, wenn ich tot bin und rede mit meinen Abonnenten. Da hab ich das wirklich gesagt, das war ja total scheiße. Das Gute ist halt, dass Nils halt den Traitern immer hilft. Am geilsten war einfach, dass Vita die Bombe genau auf mich schmeißt. Ey, aber ich guck extra so links, rechts, durch die Tür geguckt, keiner da, cool, ich leg ne Bombe, kaum hab ich die in der Hand, tritt der um die Ecke. Ja, und du schmeißt sie mir genau vor die Füße. Ja, aber Gans, was war das denn für ein Fehler, die Leiche da liegen zu lassen? Ach, ich dachte, Nils belebt die eh nicht wieder. Ich dachte ja, Nils ist es. Weil du mich die ganze Zeit nicht erschossen hättest. Okay, oh, Krabs ist Detective, sauber. Nee, ist er nicht, doch, ist er. Doch, schon wieder. Da kommen sie, Krabs, die kommen hier alle lang. Ja, ich hab Angst. Und ich geht. Alleine mit Tactical. Ja, ich hab da eben noch eine Garte eingesammelt. Ich bin Tactical-Inno. Boah, Alter. Sauber, die Tiefel und die Shotgun. Was willst du, Tactical-Inno? Das hab ich auch grad gedacht. Da kommen sie alle. Jetzt wieder, Wolf. Total verdächtig, er hat ein Traitor-Kopftuch. Wat? Ja, ich glaube, es ist Nils. Ey, du siehst aus wie, Alter, er sieht aus wie ein Terrorist. Es ist Tactical. Leute, ich glaube, es ist Nils. Ja, genau. Ich hab sogar eine Begründung. Ja, weil ich runtergefallen bin. Nee, nee, nee. Wer ist hier, Ralf? Okay. So komm ich in die Leiter nicht hoch. Nils ist, glaube ich, vom Turm gefallen und gestorben. Ich glaube, Nils war Traitor und konnte den Druck nicht her. Ich glaube, du hast das gemacht. Nein. Ich gehe fest. Didi, bleib unten. Hier ist wieder Craps. Was bist du denn? Muss ich auf dich hören? Ich bin Wohenstab aufgenommen. Wer dem ist Wohenstab aufgenommen? Ich muss gar nicht auf dich hören. Ja, weil ich kann mich trotzdem erschießen. Wow. Das war so lustig, dass ich so die Treppe hochgehe. Also, ich glaube, Nils ist ja runtergefallen. Aber ich glaube, Nils war Traitor. Weil wenn Nils nämlich Inno gewesen wäre, wäre schon lange einer tot von uns. Ach, jetzt. Und jetzt wusste er ja, dass er Leute erschießen kann. Deswegen ist er Traitor gewesen. Hi Craps. Hallo, Dieter. Die Tactical Craps. Warum hat da gerade jemanden mit der Krober runterschmeißen wollen? Aha, weil das lustig ist. Tactical. Bist du bewaffnet? Bist du woanders hier mit deiner Waffe? Ja, bin ich. Hier ist ja kein Boden los. Das ist Tactical gewesen. Die, die der Camper ist es. Ich bin gar nichts gewesen, ich hab die Sniper jetzt weggeworfen. Tja, Tactical, ziel nicht auf mich. Hier wurde geschossen. Der dem ist. Ich war das nicht. Ralf, ich hab die Shotgun. Ja, er war ein Traitor. Außerdem bin ich hier neben dir. Die ist es. Nein, nein, ich hab eine Shotgun. Wo ist die Leiche von dem Traitor? Hier. Hier liegt er. Ich bring sie dir. Ich bin jetzt hier unten. Achso, bei der Borg. Au, au, au. Hat hier gerade jemand erwischt? Wo ist die? Granada? Wurde gerade weggeführt. Wo bist du denn, Crab? Führt sie gerade? Da, nach oben, nach oben. Grenz hat sie. Ja, wo ist ein Crab? Hier, hoch, genau. Hier. Didi hat gesnipert. Ich hab ihn erschossen. Didi hat anfangs geschossen von euch. Aber er war Inno. Aber wo hat er hingeschossen? Miss, hätte ich Didi mal ausreden lassen sollen. Didi hat nämlich gerade angefangen zu reden. Ich sehe ihn, er setzt sich so unter einen Baum und fängt an zu schießen. Dann hab ich direkt abgedrückt und er wollte gerade sagen... Ich hab gerade Schaden bekommen und hinter mir war jemand, der ziemlich nah tot ist. Und das ist nur Tactical. Aber der hat gerade mit Demis gekämpft. Bitter ist tot, da ist nur noch einer im Turm. Was? Wie viele Leute leben noch, Crab? Ich glaube, fünf oder sechs. Es waren Fohlen zwei im Turm, jetzt ist nur einer. Ja, Didi ist runtergegangen, hat sich unten an den Baum gesetzt und hat gesnipert. Darah hin hab ich ihn direkt erschossen. Also Tactical ist auf jeden Fall nicht, weil Verdemis auf die losgegangen ist und ich habe Tactical erschossen. Ähm, Verdemis erschossen. Er hat sich verraten, er hat zwei Leute erschossen und wir haben nur eine Leidung. Werd ihr geblockt? Ich werd von Ralf geblockt. Vielleicht gibt's dir einen mit der Crowbar, mein Lieber. Soll ich denn sagen? Aber der ist ein Neil Death. Weil ich gegen Verdemis gekämpft hab. Warum hast du gegen Verdemis gekämpft? Weil er ein Traitor war, ich hab ihn noch erschossen. Achso, Verdemis und Verdemis habe ich jetzt verweckt. Und Vita Wolf wollte ihm helfen. Na, ich habe doch Verdemis erschossen. Ich glaube, Verdemis erschossen. Ich glaube, Darluk hat das. Ich glaube, Vita Wolf lügt. Darluk hat, du sorgst hier nur für Unruhe. Vita Wolf lügt. Werd ihr von Vita Wolf verfolgt? Ja, ja, ich seh das. Vita Wolf war gerade auch im Shop gewesen. Jetzt reicht's, wo ist Darluk? Du weißt doch, wo ich bin. Guck doch auf deinem Radar. Siehst doch alles. Ey, du bist... Wo ist er? Nee, dich erschliess ich, mein Freund. Du bist es. Ich glaube, Vita Wolf hat da rechts an der Ecke eine Bombe gelegt gerade, als ich kurz weggeguckt hatte. Recht an dem Haus, wo ihr alle seid. Na, grenzt. Mann, Alter, grenzt, ey. Setz dich nicht hinter mich mit der Bombe, ey. Warum nicht? Vita Wolf ist schon wieder stehen geblieben und hat nichts in der Hand. Wieder im Trade. Guck, wo ist die Leiche? Wo ist die Leiche von, wer dem ist? Ich glaube, der will die wieder verlegen jetzt. Auf dem Turm. Hallo ist es. Ich glaube, Krebs hat die ganz runtergeschmissen, deswegen. Ja. Sehr gut. Hat er gemacht. Sehr gut, Krebs. Da ist einer gestorben. Oh, wer ist da gestorben, ja. Gleich vor mir. Na, geh aus dem Weg, Mann. Ich muss da hinterher. Aber wo ist der hin? Okay, also jetzt hat wieder Wolf und das Schweigen... Hey, Krebs, ich bin's nicht. Ich schieße mich zurück. Ich schieße mich zurück. Ach, schieße mich ruhig. Ich schieße mich zurück. Ich bin's nicht. Oh, Alter. Wer wurde denn hier geschossen? Wer wurde denn hier geschossen oder erschossen? Ich glaube, wer. Ich bin mir nicht sicher. Oh Gott, nein. Nein, nein, ja. Grenz hat den Pumper und schießt auf mich. Ich habe dich überhaupt nicht getroffen, Ralf. Grenz hat den Pumper und schießt auf mich. Du bist das Grenz, du hast mich geschossen gerade mit der Pumper. Erzähl doch nichts. Okay. Später, hier. Okay, Grenz. Grenz. Wie da war es denn hier bei mir? Und Ralfinger? Ja, Grenz hat auf mich geschossen gerade mit der Pumper. Ja, das war doch aus Versehen. Hier ist eine Leiche. Tactical Viper. Nee, habe ich schon in Konfern. Okay. Ja, genau. Das ist Dalu. Es ist Dalu. Im Moment, ich kann ihn aber vom Turm aus gar nicht sehen. Worüber Tactic-Leave soll ich sehen vom Turm aus nicht. Aber Grenz, warum hast du da gerade auf mich geschossen? Ja, das warst du für's Versehen. Ich war unten im Gang. Ja, und du siehst mich auf dem Radar, als ich auf dem Turm bin. Ich kann es nicht gewinnen. Walf stand direkt vor dem, als der rumgefallen ist. Und ich frage die ganze Zeit, wer da noch war bei ihm. Ja, du. Ja, ich war hinter dir. Ja, aber er ist so Detective. Detective. Aber ich trau dir auch nicht. Ja, ja, nee. Ich lebe da nur noch ein Traitor. Und da unten ist jemand gestorben, den ich nicht mal sehen kann. Ja, ja. Er weiß das schon. Schreck, Grenz. Grenz, wieder pumpen kann hier. Bring die Leute wieder home. Grenz, wenn du nicht sofort abhaust. Grenz ist es, Mann. Grabs, lebst du noch? Ja. Natürlich lebt er noch. Eilfinger läuft hier auch seine Runden. Ja, ich weiß noch nicht, wo er nicht rennen soll. Grabs hat hier irgendwelchen Detective-Stuff gemacht. Genau. Alter, geht. Er schießt zu Herzen wieder hier. Trump-Gun wurde hier geschossen. Wieder, Walf, was du? Nein, nein, nein. Ey, ey, Grenz, Grenz. Nein, das war Ralf, hinter dir. Nein, nein, Grenz ist es. Nein, nein, nein. Ich hab doch keine Pumpe, Mann. Ey, Ralf, du bist... Ja, hier wohl der größte Schauspieler, den Skippein von Ost bis West. Wie viele leben noch? Nur noch wir beide. Nur noch du und ich? Ja. Alles klar. So viel Zeit hast du noch? Eine Minute nur noch. Das glaub ich dir nicht, du hast so viele Leute erschossen. Ich musste jetzt eskalieren. Ich bin am höchsten Punkt auf der Map. Ich weiß, du kannst nicht hochsnipern. Mir wenigstens die Chance und sag mir, wo du bist. Du hast auch... Ach nee, du bist ja gar nicht. Ey, wir haben die Heilige ja wieder. Die ist ja immer noch die... Die ist ja runtergelandiert. Scheiße, ich würde dich so gerne kurz sehen. Ich will nämlich einen coolen Kill machen und vorm Turm springen und dir in der Luft ein Headshot geben. 360 Grad auch noch. Das war ganz schön knapp. Du schaffst doch eh nix. Bunny hopp, ey. Oh, da flog was. Was war das? Die Heilige. Spring lieber runter. Ich seh dich nicht. Ich kann immer nur kurz gucken. Ich glaub, ich schaff's zeitlich nicht mehr nach oben. Da, Lu. Ich hab nur noch fünf Sekunden. Lass ein Duell machen. Ja, wo bist du? Wo bist du? Ich komm jetzt die Treppe hoch. Hast du wirklich noch fünf Sekunden? Ja, ja. Ich hab wirklich nur noch fünf Sekunden. Nein, zwei, eins. Oh, ich hätte jetzt aber auch verloren, ey. Ich wusste, dass das Grenz ist. Oh Mann, ey, geil. Er war Dalu kann auch mega verdächtig die ganze Zeit. Warum? Weil du über diese Leiche schießt. Ich hab nur die ganze Zeit gut nach Dalu so oben auf den Turm. Du stehst da oben die ganze Zeit rum und erschießt mal in Didi. Moment, ja, Didi kann aber mir jetzt auch mal erklären, warum er geschossen hat. Ich hab in die Luft geschossen, um ein bisschen Verwirrung zu stiften und hab dann einfach weitergeschrieben. Ja, genau. Und dadurch wirst du natürlich erschossen, wenn du sowas machst. Also ich glaub, ich hab tausendmal Grants gesagt und alle waren... Hey, Krabs is Detective. Krabs is Detective. Ich hab das immer so umgedichtet. Nein, ich hab Grants gesagt und dann rennt er rum und keiner tut was und er rennt und läuft. Ich hab ihn ja auch gemessert gehabt, deswegen wusstet ihr ja nicht, welche Waffe es war. Oh, Dalu, rat mal, was ich habe. Ich hab ihn einfach nicht getraut, ich hab voll nicht getraut zu schießen. Diegel ist auf der M-Mail aber nicht so cool. Und das, obwohl ich schon einmal daneben geschossen hab bei dir. Ich bin bei Sparkles. Ich bin bei Krabs. Und Dalu. Ich bin bei Tactical Viper. Aber war ja auf die Versehen, ich wollte ja gar nicht auf dich schießen. Könnt doch übrigens nur Viper sagen, das wären wir wahrscheinlich lieber. Wer ist noch hier? Viper ist es. Tactical ist es. Nein, Didi ist es. Der ist gar nicht mehr taktisch, deswegen... Ich bin bei Iper, nicht Tactical. So, ich bin Inno, wen darf ich jetzt erst jetzt entfießen? Mich, Didi, Didi. Ich bin Detective. Das ist gar nicht, ich bin Detective. Dalu lügt, Dalu lügt. Ich bin Detective Inno. Da oben war jemand im Traitor-Menü. Tactical, Tactical ist es, glaube ich. Dalu hat eine Shotgun nach mir geworfen. Ich bin's nicht. Good Gaming, was passiert? Ich glaube, der Vita-Wolf ist es. Der ist Detective. Ich bin runtergefallen in den Turm. War eine schlechte Verdächtigung, wer dem ist. Ja, der Vita-Wolf steht da wirklich. Oh, Alter. Zielt. Ja, ja, natürlich. Komm, wir schubsen ihn. Hey, haut ab hier. Haut ab, ich erschieße euch alle. Den da schubsen wir. Ja, schubs den da runter. Niko, ich bleib mal in deiner Nähe, um dich zu beschützen, ja? Ja, hau mir los, abkennst du. Ey, ich hab immer einen Sniper, ja? Ich hab die Traitor-Shotgun. Richtig. Also, ich hab mich versteckt, ganz gut, und hier bleib ich jetzt, bis die Zeit abgelaufen ist. Okay, Krabs ist oben auf dem Turm. Ich hab gerade da gekauft. Aber das Problem ist ja, wenn du ja irgendwas Normales bist wie Inno, dann wär das ja dumm, wenn du dich versteckst und keiner weiß, wo du bist, weil die Traitor wissen es ja. Grenz folgt uns hier, ganz gefährlich. Aber das Dumme ist, es gibt nur einen einzigen Weg, der ist nicht gerade einfach, und die hab ich, also ich kann mindestens zwei-, dreimal schießen, bevor jemand hier ist. Ist er auf der Windmühle? Nein. Grenz ist hier. Kauft ihn aber da, dann siehst du es. Kann ich ja nicht. Hallo, Loot Gaming. Ah, Krabs ist da ganz unten, an dieser Höhle. Also, Good Gaming zielt auf mich, und Wipers auch hier, und wer dem ist, ist hier, leckt mich doch alle. Ja, ich bin nur zu deinem Schutz hier. Ja, genau. Ich bin zu deinem Schutz, ja. Ich vertraue dich am wenigsten. Good Gaming zielt hier auf mich mit seiner Pampion. Nimm die Pampion weg. Ja, weil ich ihn schütze. Nixer, der hat mich schon, der braucht man nicht zum Schutzwerden. Leider schießt er aus dem Turm oben raus. Okay, das ist. Ziele woanders hin, nicht auf mich hier. Falsche Richtung. So, ich geh mit einem Good Gaming-Man hinterher. Wenn ich das gleich tut, dann wisst ihr eher was. Viper kommt hier hoch. Ja, du hast gerade geschossen hier oben, habe ich gehört. Ich habe eine Shotgun. Ah. Ich finde das nicht in Ordnung, was wer dem es hier gerade, ehrlich gesagt macht. Oh, oh, Viper hat auf mich geschossen. Ich hänge fest. Verdammt. Willst du aber nicht. Ja, ich komme da nicht runter. Ah, doch jetzt. Ja, ich auch nicht, deswegen. Lass die Tür doch mal auf. Hey. Und deswegen schießt du auf mich. Bist du, bist du drin oder was? Ich habe hier auf dich geschossen. Ich hänge fest, ja. Ich habe nur noch 100. Ja, ich auch. Ey, weg von meiner Heal Station. Die heilen sich unten. Ey, hier ist schon, hier hat schon jemand Schaden genommen. Ja, ich, ich. Wenn jetzt die Jaller-Bombe kommt. Oh, oh, hier Didi hat die Heilige reingeworfen. Didi ist es. Ich habe keine Granate. Was habe ich denn hier? Ich glaube, wer dem es ist. Ich glaube, Grenz ist es. Ich glaube, da, wo es ist. Ey, wer dem es ist. Wie oft hast du hier schon mitgespielt? Wow. Wie oft ich insgesamt mitgespielt habe bei euch, oder was? Also, buchstabier mal innocent rückwärts. T-N-E-C-O-N-N-I. Okay, okay. Ey, du bist gut und dann bin ich auch nicht sauer. Oder du bist wirklich innocent. Ja, jetzt kannst du überlegen. Du weißt, wie schnell der jetzt einen Zettel gesucht hat. Ja, der Ralle 4, der ist ja. Ja, aber so ein Zettel, das ist eher so ein Darukart-Grenztrick, weil die machen das immer. Und ich kenne es jetzt schon aus, wenn... Ich kenne es jetzt schon aus, wenn... Ich kenne es jetzt schon aus, oder? Ich kenne es jetzt schon aus, oder? Ich kenne es jetzt schon aus, oder? Ja, ich habe eine Waffe geschmissen. Ich muss dir die eine Runde mal schicken, Nils. Da habe ich Innos dann rückwärts buchstabiert als Traitor und der andere Inno hat den anderen Inno daraufhin abgeknallt. Was? Das war geil. Das war so geil. Ich bin fast tot. Buchstabier Innos, ein rückwärts. Das war so cool. Ich trau dir immer noch nicht. Ich trau dir nicht. Ah, halt! Grenz schießt. Nein, hier hat der, Crabz da. Ich hab, ich hab. Nein, ich wurde gerade geschossen. Aber wenn Grenz schon wieder so anfängt, dann könnt ihr den gleich eine Google verpassen. Ja, Grenz läuft hier auch immer... Ich geh, warte, ich geh erst mal zu Crabz jetzt. Nach der Runde, die letzte Runde. Ja, wenn ich tot bin, ist es Grenz und Tactical. Du hast gerade geschossen. Da, 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 du fliehst. Ich renne auf die nicht zu. Ich kriege vielleicht maximal einen Schuss durch, bevor er mich verschießt. Dalu rennt hier, glaube ich, vom Tatenort weg. Tactical ist bei mir. Ich habe eine Bombe gelegt an dem Haus, wo ich weggerannt bin. Ah, okay, gut. Was? Ist doch nett, dass er so sagt. Du schon wieder. Ja, ich schon wieder. Komm, wir bleiben mal zusammen hier. Ja, das Turnische. Nee, komm, ich bin immer. Ich kann nur verlieren. Shotgun hat geschossen. Hier hat der Shotgun geschossen. Ja. Zeit um. Zeit um. Ich auch. Es war so kacke, ey. Man konnte gar nichts machen. Ich war die ganze Zeit alleine unterwegs. Ich auch größtenteils, außer wo ich Crab zu anworte, schuldigt habe. Die westliche Zeit habe ich in den Fall bewacht, aus Bordversteck wieder rauszukommen. Ich habe sogar geschafft, die Runde hochzumplätze komplett. Nein, ich bin am Anfang gleich runtergefallen. Ich war so aus Langeweile. Okay, ich kletter mal. Ja, du kannst komplett tot. Du bist dann auf dem Windmüllrad. Da ist nämlich noch eine Leiter hinten dran. Da ist auch noch eine Waffe obendrauf, ne? Ja, neben 16. Super toll. Toll. Ich bin ein bisschen die halbe Map gewirrt, um jemanden zu finden, den ich abknallen kann. Bestimmt 30 Sekunden oder so. Ja, ich bin auch als Detective rumgerannt, aber ich habe keinen gesehen, keinen gefunden. Ich bin Traitor. Groß alles. Habe ich es eingestellt. Detective Traitor. Ich bin Traitor. Oh, Detective Traitor. Oh, Daniel ist den. Ganze Runde nicht einmal Traitor gewesen. Nils, das hast du letztes Mal auch gesagt, als du Traitor wurdest. Nils ist bald zum Abschluss. Nein, Spaß. Ich meine nicht, dass ich nicht Leute getötet hätte. Ich bin alleine mit Didi. Oh, da würde ich aufpassen. Moment, zwei Leute sagen, sie sind alleine mit Didi? Ja, ich bin Detective und wer dem ist, lügt. Das ist gar nicht wahr. Ich stand hier um die Ecke. Ich würde nie lügen. Ich bin alleine mit Werdem ist und ich hänge in der Tür fest. Ja, komm, schieß, schieß, schieß. Ey, Dalu, das war zu offensichtlich. Der Didi hier, der ist irgendwie, der sieht nicht vertrauenswürdig aus. Dem würde ich meine Kritik-Cutte nicht anvertrauen. Werdem ist, hat glaube ich, Alu getötet, weil Alu ist nicht nach 10 Sekunden lang am Stück geruhigt. Was? Ich verabscheue Gewalt. Doch, dann bist du es, Mann. Dalu würde schon längst was sagen. Ich verabscheue Gewalt an mich. Dalu lebt, glaube ich, noch. Ne, Dalu lebt nicht mehr. Ich glaube, wer dem ist, hat den erwischt. Das ist doch nicht wahr. Der hing in der Tür fest. Ich habe das gesehen. Der Krabs hier, der... Genau, der jetzt gerade erst eine Waffe gefunden hat. Der war es bestimmt. Ja, ne, ich wollte eigentlich nur darüber in Kenntnis setzen, dass ich gerade alleine unterwegs bin. Hast du keine Waffen? Nein. Gar keine? Richtig. Hey, guck mal her. Der freut sich schon. Warum jagst du nicht? Hey, guck mal hier. Die hier kannst du haben, sonst wird es langweilig. Oh, Alter Didi. Ja, ich bin auf der Suche nach Dalu. Der muss doch hier irgendwo sein. Ne, Dalu ist definitiv verschossen worden gerade. Ist ja runtergefallen. Von wem denn überhaupt? Aber ich habe noch nicht mal Schüsse gehört. Da auf dem Dach ist einer. Ich habe noch nicht mal eine Waffe. Ah doch, jetzt habe ich eine Waffe. Sehr gut. Und nach der Detektiv, glaube ich. Bei dem ist wahrs, Mann. Der Dalu gekillt. Fertig. Okay. Das trennt doch mal zu, Mann. Frennts war es vorhin auch und keiner hat es mir geglaubt. Also... Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe jetzt erst eine Waffe gefunden. Zieh mal woanders hin, bitte. Beide hier. Ja, aber komm. Vielleicht kann ich vor dir aussehen. Was für eine Waffe hast du denn da? Oh, Krems. Ich bin immer noch unschuldig, ne? Also... Nee, nee, nee. Was machst du hier? Wieso bist du verletzt? Ich habe eine Weih, geht weg von mir. Ich habe eine weiße Weste. Weih, geht weg von mir. Ich habe eine weiße Weste. Ja, Leute. Na, der Ralf... Finger... Ja, ja, du bist... Der schlimme Finger hier. Du bist einfach der Traitor, Mann. Das ist alles. Aber Ralf... Ich hänge hier an der Leiter. Nein, niemals. Die ganzen Runden hast du sonst nie ein Wort gesagt und jetzt auf einmal redest du mit einem Wasserfall. Was ist denn los? Was? Du bist... Viper, Viper-Ziel, Viper-Ziel. Ich glaube, dass es für den ist. Ich glaube, dass es für den ist. Ich sehe alle außer Dalu, aber ich glaube, er lebt. Ich bin ja alleine. Ach, nee, hier seid ihr alle. Eigentlich ist es doch letzte Runde, also... Dalu wird es nie aushalten, so lange still zu sein, Mensch. Leute, das wisst ihr da nicht. Ja, natürlich. Weil er die letzte oder eine Runde... Genau, weil Dalu ja sonst nie irgendwie schweigt. Holy moat! Wer war das? Oh, oh. Hä, wo bin ich denn jetzt? Vita-Wall, Leute. Vita ist tot. Und ich war es nicht. Was ist hier passiert? Wer dem ist... Oh, oh. Was ist hier geschehen? Dem traue ich das nicht zu. Ich glaube, es war, wer dem ist. Leute, der bist ja. Niemals. Niemals. Ich habe das gesehen, von ganz weit hinten. Als ich alle weggeguckt habe. Dann hast du was Falsches gesehen. Also brauchst du unbedingt eine Brille. Und er hat dir Geld geklaut noch. Good game. Leute. Vita-Wall. Na, Vita-Wall bist du schon angehört. Auf jeden Fall. Wo ist die Traitor-Leiche? Ich muss sie durchsuchen, damit ich hier Credits bekomme. Hier ist eine Leiche. Ja. Für meine Superarbeit. Ich bin Detective. Ja. Du bist Detective. Ah, cool. Ich glaube, der Vita-Wall... Ich glaube, der Vita-Wall sich selbst die Luft gesprengt hat. Vita-Wall, was ziehst du so schön auf mich? Ich habe Angst vor dir. Ich glaube, Vita-Wall kommt mir verdächtig vor. Vita-Wall wird... Keiner von euch wird Vita-Wall je kriegen. Was machst du denn hier? Keiner wird Vita-Wall bekommen. Haut ab! Irgendjemand macht hier Jump and Dann Action. Ich habe den Shotgun. Leute. Didi, hallo. Hi. Ich habe einen Geheingang gefunden. Ey, Nils, Nils. Hier, hinter dir. Hier. Ja, ja. Du glaubst ja selbst nicht, dass ich da mitkomme. Okay, war jemand anders? Dalu. Davide. Geh direkt weg. Walper spring runter, spring runter. Dalu ist tot. Dalu ist runtergesprungen. Wer dem ist, komm mal mit. Komm spring. Geh weiter zurück. Geh weiter zurück. Geh weiter zurück. Lass dich nur rum Didi. Noch weiter. Spring. Hier ist ein richtig gutes Geheimverschlag. Spring. Spring. Wer schießt? Wo war denn das jetzt? Ich hab mich verlaufen. Geh nochmal zurück. Weil Didi mir zu nah rangeht hier. Hier ist Grenzen. Dann schießt man doch nicht. Warte, warte, hier. Ich spring doch nur. Hier lang. Ja, jetzt springst du rum Didi. Hier. Viper. Warum hast du jetzt geschossen? Weil die zu nah gekommen ist. Richtig gut. Hier kann man sie richtig gut verstecken. Wer hat denn jetzt, warum hat der jetzt nicht hingeschossen Didi? Didi hat geschossen. Sag ich. Actical Viper schießt. Wird geschossen. Juhu. Das war so klar Grenzen. Nein, das war random. Warum schmeißt du, warum schmeißt du, pass auf, der mit dem Tee über dem Kopf, ne, dem schmeißt du die Hole nicht an die Rübe. Ja, es waren doch alle auf einem Haufen. Du bist dahin gerannt. Das war die letzte Runde auf dem Haufen. Das war doch voll der Random Killer am Ende. Nein, das war so. Ey, das war so klar. Bis zum nächsten Mal. Schau rein. Tschüss. 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 Tschüss.